3 Mythen über Models Mythos Nummer 1, der super weit verbreitet ist, Models sind dumm. Ein Mythos, der absolut keine Daseinsberechtigung hat, denn als Model musst du nicht nur in der Lage sein, dich selbst zu vermarkten, dich um administrative Dinge wie Steuern, Versicherungen und Co. kümmern zu können, sondern es geht darum, deutlich mehr als einfach nur vor der Kamera zu stehen und zu lächeln. Das wirst du ganz schnell herausfinden, wenn du dich selbst mal mit der Arbeit als Model beschäftigt hast. Mythos Nummer 2, man kann nur von der Arbeit als Model leben, wenn man ein Celebrity ist. Das stimmt auch absolut nicht, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Models, die hauptberuflich als Model arbeiten, die jetzt aber in der Öffentlichkeit niemand kennt. Mythos Nummer 3, als Model bekommst du monatlich immer das gleiche Gehalt und bist festangestellt. Stimmt auch nicht, denn als Model bist du selbstständig und du verdienst dann Geld, wenn du auch wirklich von Kunden gebucht wirst.